Hey Babys, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Kenal und heute mal wieder mit einem neuen Song-Reaction zurück. Heute reagiere ich auf den ersten Song von Dagi B. slash Julian Bam. Also er ist von Julian Dam. Julian Dam. Was? Also er ist von Julian Bam wie Dagi und ich bin schon sehr gespannt, wie Dagi sich so anhört. Ich weiß nicht, ob sie singt, rappt. Wir werden es gleich erfahren. Ich habe den Song noch nicht gehört und wir schmacken nicht lange rum. Jetzt noch das Intro und dann geht's los. Schön, dass du es seit dem Intro wieder zurückgefunden hast. Wie schon gesagt, wir starten direkt. Übrigens, heute trage ich mein Merch. Also wenn ihr das Ganze mal auschecken wollt, erster Link in der Infobox und gönnt euch noch schnell meine Social-Media ist hier und abonniert mich da. Der Link dazu ist auch in der Infobox und jetzt geht es aber los. Dagi und Julian feiere ich ja beide richtig, richtig hart und deswegen bin ich so super, super gespannt. Und wenn ihr übrigens noch nicht meinen Katja-Knaß, weil wir zur Song-Reaction ausgecheckt habt, solltet ihr es auch machen. Das war mein vorletztes Video. Checkt also meinen Kanal aus und ja. Okay, es fängt schon so ein bisschen creepy an. Der Sandmann. Okay. Cooler Beat. Wenn die Gitarren läuft. Cooler Outfits. Cooler Outfits. Okay. Also, ich muss erstmal sagen, der erste Teil gefiel mir jetzt nicht so, also ist nicht so mein Style. Kennt mich doch ehrlich gesagt nicht so aus. Ich glaube, es geht so ein bisschen in Richtung Cloud-Rap. Meins ist das halt absolut gar nicht. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es jetzt weitergeht so. Schreibt mir auf jeden Fall mal auch mal in die Kommentare, was sagt ihr dazu. Wenn sie ertönt, ist eine Save, dass jeder gleich schläft. Ich hab den besten Sand der Stadte, ich bin eine Legende. Und wenn er anfängt zu rieseln, ist euer Tag gleich zu Endo. Also, es ist schon so ein bisschen strange. Aber das Musikvideo sieht halt hammergeil aus. Es ist halt typisch Studienbaum. Die Videoqualität ist abartig. Die Locations abartig. Dieses ganze Schnittvideo. Also, das Musikvideo an sich ist einfach heftig auf so einem geilen Level. Die Musik ist halt einfach objektiv betrachtet gar nicht meins. Obwohl ich halt weiß, dass Studienbaum schon echt richtig krasse Sachen gemacht hat, die auch voll meins sind. Aber das ist halt einfach nicht mein Geschmack so. Aber ich bin auf jeden Fall schon super gespannt auf den Part von Dagi. Und vielleicht ist das ja sogar meins und überzeugt mich ja total. Und deswegen kommen wir jetzt weiter rein. Oh, Dagmata! Wuhu! Ich bin die Sandfrau, die Architektin der Träume. Ob Lutif, Rekognitiv oder Alf, wie träumst du heute? Ich kann jeden deiner Träume mit Magie kontrollieren. Und das eine Lied von Crow war in Wirklichkeit von mir. Alle wissen es, aber sie sagen es nicht. Deine Wichteln machen all die Arbeit für dich. Schwingst nur einmal im Jahr den fetten Bauch auf den Schlitten. Um die Adressen in deinem Navi zu tippen. Hab den Negenbauch und den Baterbeen. Aber das Ding geht nicht. Alter, sie rappt. Wie wird es nie so blau und meine Farbe hin zum Sehen. Wenn ich komm, dann kann die Miesen noch verschlafen gehen. Wisse, dass MCs dann mal niemals aufgehen. Herr, du gehst an Ostern Eiern sucht. Fein an seinem Schuh aufziehen. Es ist auf jeden Fall besser als Wap Wap. Nein, also ich muss sagen, Dagi finde ich auf jeden Fall ganz nice. Also es ist immer noch nicht so mein Style irgendwie, obwohl ich schon so auf Hip-Hop stehe. Aber es ist halt einfach nicht mein Ding. Ich finde es krass und ich finde es krass, dass Dagi einfach rappt und sie sieht Hammer aus. Und wie gesagt, der Stil von dem Video ist einfach Bombe. Musik ist halt einfach nicht meins. Dagmara und Julian, trotzdem nice Sache auf jeden Fall. Und ich würde sagen, checkt auf jeden Fall auch noch meine anderen Reaction-Videos. Z.B. das von Katja aus. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt doch mal einen Daumen nach oben und schreibt mir mal in die Kommentare, was haltet ihr davon. Wenn ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr auch gerne meinen Kanal hier oder hier kostenlos abonnieren, um ein Teil meiner Familie zu werden. Und denkt dran, Shoplink Formel Merch ist der erste Link in der Infobox. Meines Social Medias stehen jetzt auch nochmal hier. Und natürlich auch in der Infobox verlinkt. Also könnt ihr auch in der Infobox einfach draufklicken und mir bei Instagram folgen. Und ansonsten hier kommt's, würde ich sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Eure große Schwester hat euch lieb. Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Bis zum nächsten Mal.